willkommen zurück let's play minecraft folge 3 mittlerweile schon wahnsinn und wir sind hier fleißig am bauen unsere ersten außenwände ich hoffe ihr habt spaß die folgen zu schauen und ich werde mir mal den nächsten wenn ich dazu es ist die falsche steine habe ich den stein wickelig werde ich mir mal ein paar kommentare durchlesen wenn die folgen raus sind und dann mal schauen wieso die ritzen so retten jungen machen wir auch wieder zehn war das zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun ja zehn zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn so hier kommt natürlich erst mal wieder der fuß dran war und ja da bin ich mal ich lasse mich immer überraschen was ihr dazu schreibt ob euch das gefällt ob er mehr sehen möchte von das ist ganz cool ich fand auch ganz cool die dass wir so ein bisschen darüber gesprochen haben über film in der letzten folge man kann sich auch noch über andere themen unterhalten wie zum beispiel was momentan so draußen in der welt los ist wo ich so gar kein plan habe gerade was draußen der welt los ist sie sitzt ja immer hier mit einem let's play kam kämmerchen ja da habe kein fenster ich habe kein fenster ich kann nicht raus gucken ich weiß nicht ob gerade hell draußen ist ob dunkel draußen ist ich habe kein fenster ich sitze nur hier vor meinem computer und mache let's play so und verblöde hier so nein abbauen abbauen denn da unten kommt wieder ein fuß hinten genau 2345 ja genau 2345 so das wird dann auch der letzte außenfuß für den bereich sein und das ist gar nicht so einfach das ist eine menge mir schweine arbeit sommer nicht glauben viele sagen mind object individual ganz so thicker spiel Das können wir gar nicht wieder gehen wusste ich am anfang auch nicht aber wie mich einmal die sucht gepackte konnte ich nicht mal da kann ich mal aufhören, ihr merkt es ja, ich bin hier am Bauen und am Bauen und am Bauen, weil ich doch echt mein Kunstwerk doch vollwertig betrachte. Jetzt habe ich gerade echt gedacht, äh, vibriert mein Telefon. Ich habe gerade so ein gehört, aber das ist der Song, der gerade im Hintergrund anfängt zu laufen. Und ich würde doch gerne, wie gesagt, mein Kunstwerk dann in voller Tracht gerne mal sehen. Ich glaube nicht, dass ich hier den Überlebensmodus aktivieren werde, weil dafür ist es einfach zu schade, dass hier einfach mal so ein Creeper da drin explodiert und dann ist die halbe Mauer weg. Das ist nicht schön, das möchte man nicht. Oder zumindest ich möchte das nicht. Ich glaube, wenn ihr sowas bauen würdet, möchtet ihr sowas auch nicht. Ja, kann ich mir gut vorstellen. So, äh, nein. So, so. So, so. So, so. So, so, so und so. Bei uns Schäfern ist das so. Wow, Wahnsinn, wie schnell wir jetzt auch schon die Türme bauen, also wie schnell ich die bauen kann. Ist ja unglaublich. Wir haben zwei Außenwände. Unglaublich. That's awesome. Everything is awesome, sag ich dazu nur. Ja, wir werden jetzt hier, ich bin aber legen, ob ich hier eine neue Fensterfront reinmöble. Oder auch nicht. Ich gedenke erstmal die andere Außenwand da hinten zu zimmern. Äh, 9 war das, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nee, 10. So, 10. Werden wir da hinten doch die Außenwand erstmal bauen. Ja, hier die Außenwand bauen. So, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, sehr schön. Hier kommt natürlich erstmal der Fuß gegen nachher wieder rein. So, das sieht doch super aus. Das klappt doch wie am Schnürchen, finde ich. Zack, zack, zack. Ich bin ein fleißiger Steinmeister, Steinmeister. Können wir das schaffen? Yo, wir schaffen das. Es wird schon wieder dunkel. Was ist denn das? Ich will keine Burg bauen. Was das jetzt war, weiß ich auch nicht. Uah, da ist ein Loch drin. Das ist ein Kuckloch, ein Kloloch. Ja. Ich weiß nicht, warum der... Manchmal die Steine annimmt, manchmal nicht. Keine Ahnung, I don't know, warum. Äh, genau. So, dann kommt jetzt hier. Dann der Turm hin. Oder beziehungsweise der Fuß. Der Standfuß. So, so, so. So. Mein, nein Gott. Ich komm echt immer durcheinander. Ich hab das noch nicht so ganz drin. Was es angeht mit dem... Mit der Steuerung hier. Zwei, drei, vier, fünf. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Waa. Äh, äh, äh. Ich wollte die Füße auch etwas dünner machen mit diesen Stufen oder mit... Beziehungsweise mit den Treppen. Problem aber dafür, man kann da nichts drauf bauen. Dann fangen die Steine an zu schweben. Und das sieht natürlich nicht sehr prickelnd und erotisch aus. Das wäre... Ah, erotisch. Ich würde gerne lieber machen. Ich würde gerne lieber machen. Ich würde gerne lieber machen. Lieber machen. Ah, lieber machen. So. Kommen wir alle wieder runter. Alles ist wieder gut. Ja. Mein Charakter ist auch der Meinung, er müsste jetzt runtergehen. Ja. So. Ich finde es hier in der Ecke ist es relativ dunkel gerade. Ich werde doch ein wenig Fackeln hinbauen. Damit ich ein wenig... Geweck, 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 geweck. So. Sieht aus wie so ein... Sieht aus wie so ein Flugfeld. Wo gleich das Flugzeug runterkommt. Das ist auch so ein Ding, ne. Dass da wirklich so Leute den ganzen Tag auf so einem Flugfeld rumlaufen. Und nur mit diesen leuchtenden Barken, nenne ich es mal. Oder leuchtenden Kellen die Flugzeuge einweisen. Also vom Leben ist es nicht abgeguckt, ne. Also weiß nicht. Also ich könnte das, glaube ich, nicht. So acht Stunden die Kellen schwingen, ja. Um da die Flugzeuge einzuweisen. Also für mich wäre das, glaube ich, nichts. Ja. Aber es gibt so einige Dinge, die ich auch nicht verstehe, die ich nie machen würde. Das ist doch genauso wie, äh... Genau, wie, 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 äh... Triathlon. Also, was hat denn, äh... Schwimm-Radfahren-Laufen. Also, wie gesagt, aus dem Leben ist es nicht abgeguckt, ja. Denn woher will ich ihn wissen, wenn man in ein Gewässer springt, dass am anderen Ende des Ufers ein Rad steht. Könnt ihr es sonst verstehen. Im Haus. Dann wäre es Schwimmen-Dachdecken-Laufen. Ist auch bestimmt schön. Na, ähm... Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. So. Ich glaube, ist richtig, ne? Zehn, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ja, genau, ist richtig. Ähm... Aber da gibt es so echt so... Genau, wie, 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 wie Biathlon. Was hat denn Schießen mit Skifahren zu tun? Gut, fängt beides mit Ski an. Aber dann könnte man ja auch Bopfern und Boxen kombinieren. Ja. Aber naja, gut, soll uns nicht daran hindern. Einige gucken eigentlich relativ sehr, sehr gerne, ja. Skifahren und Schießen. Ich nicht. So, und damit haben wir auch schon... Wow, die vierte Mauer fertig. Jetzt finden wir noch der Turm. Der Turm. Der Turm, der Turm, der Turm, der Turm. Turm. Mois, Foto, Deutsch, Westbrook. Ist auch so ein Spezi, muss ich sagen. Falls einige den kennen. Ähm, also nicht persönlich, sondern von einer gewissen Sendung. Die ich jetzt hier nicht namentlich erwähnen möchte, weil ich sonst nachher heiße es wie... Äh, mein Schleifwerbung. Fünf. Ähm. Ach ja, unsere Gesellschaft. Da gibt es so viele Dinge zu erzählen drüber. Und da kann man sich stundenlang mit... Ach, jetzt habe ich... Ich habe einen Fehler gemacht. Ja. Ich habe einen Fehler gemacht, denn... Die Mauer geht da drüber. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Das heißt... Das muss da hin. Äh, ja. Moment. Ich brauche, glaube ich, gar nicht alles wegmachen. Sondern einfach nur so. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Genau. Oh, ich glaube... Oh, nee, Moment. Hä? Wah, 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 wah. Ist das jetzt richtig? Nee. Moment. Wah, was mache ich denn da? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das ist aber... Ah, jetzt ist es richtig. Okay, jetzt stimmt es auch. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Jawohl. Jetzt passt es auch. Wah, wah, wah. So. Wah. Mäh, 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 mäh. Ähm. Ein Baumhaus könnte man zum Beispiel auch mal bauen. Oder... Ja, wo war ich stehen geblieben? Ach so, bei unserer Gesellschaft. Ja, mein Gott, da gibt es so viele Sachen zu erzählen, wie gesagt. Aber... So viele Themen, die aber auch sehr, sehr gefährlich sind, anzuschneiden. Wann dann... Erzähl mal wieder nur Unfug. Oder dann wird es wieder falsch verstanden. Deswegen lassen wir das lieber. Ähm... Wo willst du denn, du Opa, geh rein? So. Ähm... Ja. Damit haben wir... Ja, die vierte Wand... Mein Gott, ich werde bekloppt. Wir kommen immer mehr weiter hier. Ist ja der Wahnsinn. Ist ja unglaublich. Ähm... Hier werde ich, glaube ich, die Steine hinmöbeln. Ja. Hinmöbeln, hinklotzen. Räuberhutze klotzen. Zack, 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 zack. So, wunderbar. Und da hinten auch. Wie die Wolken entstehen. Blub, 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 blub. Wenn das mal in echt so wäre. Alles aus Klötzchen. Da hätten wir alle viereckige Augen. Oh mein Gott. So. Ja, wunderbar. Das freut doch das Zockerherz. Das ist doch supi. Das sieht schön aus. Also mir gefällt's. Ich hoffe euch auch. Und ähm... Somit werden wir wahrscheinlich dann hier die nächste Wand nämlich drauf möbeln. Drauf klötzen. Drauf klötzen. So, äh... Zack, 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 zack. Und ich denke mal, dass aus der Wand hier, glaube ich, keine Fenster irgendwie großartig bekommen wird. Ja, ja. Ich denke schon. So, ähm... Ja, äh... Richtig hier. Äh, 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 äh. Ja, ich glaube... Ich glaube, es ist die richtige Höhe. Ich vermute es mal. Wenn wir mal hier drauf bauen. So, immer ein Stückchen höher. Immer ein bisschen mehr. Ja. Mein Gott, ist er schon hoch. Hoffentlich muss ich jetzt ein wenig boyern. Ich hoffe nicht, dass er es ins Mikrofon geschafft hat. Ja, das ist doch toll. Das ist doch supi. Mein Gott, was ein Kunstwerk. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Genau. Dann machen wir nämlich komplett diese... Ah, hier bin ich mir noch nicht schlüssig. Aber hier werde ich, glaube ich, die Wand trotzdem hochziehen und dann da Fenster einbauen. Ja, ich denke schon, dass ich da, glaube, gut mit liegen werde. So, eine Reihe noch. Yay! Wunderbar! Fehlen uns nur noch die Füßchen und die Türmchen. Also die Stützen. Ja. So, hallo. Wunderbar, wunderbar, das klappt doch wie am... So geht das also auch, okay. Aber nicht so. Ne, wie war das denn gerade? Ich habe irgendwie gerade schneller gebaut. Okay. Naja. Manchmal ja, manchmal nein. Warum auch immer. Wunderbar, so muss das immer laufen. Aber diese entspannte Musik gerade im Hintergrund ist so toll. Ich bereue ich mich. Ich muss gleich schlafen gehen. Nein, muss man trotzdem sagen. Ist ein tolles Spiel geworden. Ja, für einen Indie-Titel. Also Hut ab. Ja. Ist ja, glaube ich, mittlerweile, glaube ich, kein Indie-Titel mehr. Oder vielleicht doch. Ich weiß es gar nicht. Ähm, Wahnsinn. Wurde ja mittlerweile das Studio von Microsoft gekauft. Für knappe 500 Millionen, glaube ich. War das nicht so viel? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, Wahnsinn. Unglaublich. Und mit diesem schönen Bild. Ich bin erleichtert. Möchte mich verabschieden von euch. Und wir sehen uns in einer weiteren Folge. Let's Play Minecraft. Also schaltet das nächste Mal auch wieder ein. Macht's gut. Tschüss.